Der erste Mal gefährlich geworden, Chance Nummer 1 in dieser Partie. Wir hoffen, dass einige von mir... Norvali schüttet den Ball nach rechts. Er geht durch. Und die Möglichkeit. Es fängt nur ein Millimeter zum Tor. Der erste Mal. Luis Suárez. Messi. Guter Lauf. Rechts außen. Ob da mal was zählbares rauskommt? In der ersten Mal. Der erste Mal. Der erste Mal. Hier wird hier klar gefoult. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, das war Foul. Ganz klar Freistoß. Hier ist der Nehmer. Einfach spitze, wie er den entschärft. Der Willi. Der Willi. Er treibt den Ball nach vorn. Und bitte. Jetzt aber. Gut gehalten. Der hat ja ganz stark gehalten. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Los Suárez. Das ist ja leider die gerechte Vollgasveranstaltung. Sie erarbeiten sich die Chancen. Sie sollten langsam anfangen sie auch zu nutzen. Hier haben wir Silber. Alles klar. Die Marien sucht immer wieder den Abschluss. Und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Sie haben sich eine Menge vorgenommen und sie setzen eine Menge an oben. Das Einzige, was fehlt, ist die Tunis vor dem bürgerischen Tor. Und er schießt. Und noch einer. Lüß Suárez. Da ist er drin. Ganz ganz stark von Lüß Suárez. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akt immer in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft. Und sie haben es ganz viel erzielt. Durch ihn. Er schaltet den Schmerzen. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Sehr robust jetzt. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Ist das ein anderer Ball. Und der Pass nach hinten. Das könnte was werden. Und der Torwart hat ihn. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten bleiben. Auf weg ist er. Jetzt kann er zum jetzt geschossen. Jetzt kann er zum jetzt geschossen. Und da geht alles ein so hoch für den Lüß. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Und es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Devil-Künsten ganz ohnehin Zweifel dazu. Und den Ball erstmal weg. Und den Ball erstmal weg. Ja, schön gehalten. Ich meine da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt. Aber nicht mit diesem Team. Ich bin ja eigentlich neutral. Aber bei diesem Solo, da habe ich richtig mitgefiebert. Und ich habe gehofft. Und dass er sich selbst für diese klasse Aktion belohnt. Hier ist Cavalli. Ab auf die linke Seite. Versucht da durchzustecken. Raub! Am ersten. Der Beleg nimmt auf der linken Platte richtig Gas. Physisch enorm gräsent. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Er hat den Einkauf. Er hält raus. Der Bayer bleibt Kostmann. Ja, das ist ja nicht timing, der Abschluss ist aber zu hart. Er stand nicht im Abseits. Er hätte das Tor machen können, aber er scheitert in der Art aussichtsreicher Position. Echt schönes Flügelspiel. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Und die Schussschuss. Marco Werner gewinnt den Ball für sein Team zurück. Gavani. Und der macht den Gavani. Ja, der war richtig. Kasse ganz stark. Der Dunk geht an den Torhüter. Machiudi. Das war klar. Gut gemacht. Das war's. Machiudi. Das war's. Der Dunk geht. Das war's. Hier ist Cavani, sauber verteidigt. Iniesta sucht seine Mitspieler mit Augenmaß. Cavani, überhaupt keine Zweifel, dass euer Nugent Juncker ist. Der FC Barcelona, schon mit zweimal Geld. Cavani ist direkt wieder im Ballbesitz. Und Titi mit gutem Stellungsspiel. Der kommt weit nach vorn. Cavani, klar ist verholt nicht. Muss gehen, sauber Ball. Der FC Barcelona, jetzt mit drei Spielern, die bereits gelb gesehen haben. Versucht den Pass da durch die Gasse. Langer Abschlag vom Keeper. Da geht er durch. Schöne, entschlossene Offensivaktion, aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Naja, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er mal den Kopf hochgenommen und auf seine Mitspieler gekümmt hätte. Ne, da hat der Abwehr richtig gut aufgepasst und die Chance vereintet. Wart für die. Versucht die Gasse zu finden. Es geht über die Außenbahn. Next World mit dieser Flanke. Sucht die Lücke, der erreicht sein Ziel. Also, Abstoß. Scheiße. Aja. Lezón Semedo wohnt in sich wieder. Luger Pass. Den muss er machen. Neymann ist in aussichtsreicher Position. Mit viel Gefühl. Fremd da. Das war die Gasse. Und die Fremdrecher. Was für die. Schreit den Ball nach rechts. Und er ist da, wenn sie hinlaufen. und über die Seite die Tür ist sperrangelweit offen Neymar hier ist Cavani und für die Neymar Cavani Messi will ihn dann durchstecken sucht seinen Mitspieler und bitte ich weiß, dass er noch ungern den Kürzeren zieht aber hier muss er sich eingestehen dass dieser Gegenspieler den Schneider gebraucht hat was für ein Geduld bin mir ziemlich sicher da gab es einfach keinen Durchgang hier ist Cavani es geht über die rechte Seite das ist sehr anständiges Pricifal der schießt der schießt der schießt Neymar ohne Rücksicht auch Verluste der blick geht er sich hochschrauben wie weit daneben frei vor dem Tor freier vor dem Tor am allerfreiesten vor dem Tor der macht das Ding nicht rein das ist einfach nur schlecht sie nutzen den Raum auf dem Flügel und weg ist er der schießt Scheiße das war schon wie frei wird er schon wo der denn noch steht unfassbar unfassbar Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Marco Berlati, der kommt richtig lang. H.D. Alba. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Echt schönes Flügelspiel, unglaublich viele Freiheiten da auf der Ausbahn, er hat ihn einfach stehen lassen. Marco Berlati, der selbst, als wenn man den Unterhaltenswert, dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich, alles wieder offen. Ja, wenn man das Fußgelenk einfach mal rausnimmt, dann kommt sowas bei Ruppenstack. Ein Fünf-Sterne-Distanzschuss. Damit geht's wieder komplett von vorne bis. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, es ist ein Spiel mit Open End. Versucht es mit dem langen Schlag. Sehr gut anzipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Raus auf die linke Bahn. Danke. Raus auf die linke Bahn. Und er hat den Ball so eben gerade noch dazwischenbekommen. Mit viel Gefühl. Hier ist Neymar. Da flankt er den Ball. Rüber, nach rechts. Und wieder steht der in hoch ein. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Damit ist die erste Erbseite schon beendet. Eins zu eins unentschieden bis hier hinten. Warte, gucken wir, was noch kommt.